hi leute und da bin ich mal wieder zurück nach einer längeren zeit wie ihr wisst ist es ja gerade bei mir etwas stressiger mit umzug und allem und man ist manchmal natürlich auch etwas fauler aber hier bin ich wieder und heute gibt es ein kleines review also ein kleines feedback zu der pilzbox an sich ein sehr schönes produkt das genau auch das verspricht was angeboten wird das verspricht die pilzzucht und die ist auch möglich wenn man sich natürlich an die anleitung hält und da haben wir dann auch das entscheidende problem und zwar die temperatur bei der anleitung bzw generell für die pilzzucht bei diesem kasten ich weiß nicht wie das bei den anderen ist ob es da bessere varianten gibt bzw von den temperaturen her weil die 12 bis 18 grad ist sind halt wirklich schwierig beizubehalten im sommer zum beispiel ist das schwieriger man kann es natürlich im keller stehen haben da geht das vollends wenn der keller natürlich die entsprechenden temperaturen aufbringt aber das entscheidende ist halt wirklich letztendlich also bin ich der meinung dass das ganze auch dafür da ist dass man es live mit verfolgt und das problem ist natürlich wenn man es im keller stehen hat und man sich nicht aus irgendwelchen gründen dauerhaft im keller irgendwie aufhält ist es schwierig das ganze live mit zu verfolgen ich habe das ganze am winter angefangen aber es war dann doch den pilzen doch etwas zu warm dann weil ich im schlafzimmer stehen hatte und meine nachbarn anscheinend doch im winter sehr gut heizen und dann entsprechend abends die temperatur in dem zimmer leider sehr hoch schnellen und auch sonst nicht die optimale temperatur gegeben waren weshalb ich das ganze in den keller gestellt habt und irgendwann war es dann da war auch im keller ich habe zweimal geertet muss man dazu sagen ich hoffe dass ich ein bild noch habt das kann ich euch jetzt einblenden aber man guckt halt dann nicht so danach also dass man läuft vielleicht vorbei und guckt sich das ganze an und irgendwann vergisst man es und das ist das problem dann auch wenn es aus den augen aus dem sinn ist aber das sind so diese sachen die zusätzlichen zukommen und wenn man sich wirklich an das produkt hält und gegebenheiten wie auf der verpackung angegeben sind einhält dann hat man auch kein problem damit auch für kinder sehr schön das ganze live zu verfolgen aber wie gesagt ein sehr schönes produkt das auch das verspricht was auf der anleitung steht ist nur zu empfehlen wenn man natürlich die entsprechenden bedingungen dem ganzen geben kann und wenn man natürlich ein kalkulieren will entsprechend dass man das ganze dass man das hat dann nur zum essen nimmt und den prozess an sich verpasst genau also bis dann ciao ja 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 ja